Wie ist der WU-Manager? Ich bin sicherlich jetzt neun Jahre CEO bei Western Union und ich habe jede Minute wirklich genossen. Ich liebe zu arbeiten, ich liebe meinen Job, ich liebe zu leben und das ist natürlich ein riesen Erfolgsfaktor. Selbst WU-Absolvent verrät Higmet Erzek seine Tipps für eine erfolgreiche internationale Karriere. Nebenbei arbeiten das erste Mal und zweitens wirklich neugierig sein und dann ein bisschen Risiko zu nehmen. Man geht nicht auf die Uni nur zu studieren, man will Entrepreneur sein, man will wirklich was schaffen, man will wirklich was ändern und das sollte man machen. Für die WU ist Internationalität ganz wichtig. Das zeigt sich in der Tatsache, dass wir 240 Baden-Universitäten haben, dass ungefähr 1000 Studierende pro Jahr ihr Semester im Ausland verbringen. Und ich glaube, wenn Sie durch den WU-Campus gehen, dann fühlen Sie einfach die Internationalität atmosphärisch. Und wie wichtig sind Lernpausen? Ich würde wirklich empfehlen, dass man Spaß hat. Man wirklich soll verstehen, was man lernt und Pausen machen und Spaß haben. Das ist vielleicht das Wichtigste. Und das Letzte würde ich sagen, machen Sie das Studium fertig.